Hallo, ich bin Ulrike und ich habe dir ein paar Module mit Faszienübungen zusammengestellt. Faszientraining kennst du bestimmt schon, die Rolle hast du bestimmt auch irgendwo schon mal gesehen, vielleicht hast du sie sogar schon benutzt. Faszien durchziehen unseren ganzen Körper. Sie umschließen Bänder, Sehnen, Gelenke, sogar die inneren Organe. Der ganze Körper ist im Prinzip eine Faszie, als hättest du einen Taucheranzug, der den ganzen Körper umschließt. Faszienübungen sind aber nicht nur diese Übungen mit der Rolle, sondern auch mal federnde, schwingende Bewegungen, auch mal explosive Bewegungen. Also wir werden irgendwas ganz Ruckartiges auch mal machen. Dadurch trainierst du deine Faszien, die auch immer mit den Muskeln zusammenspielen. Also du kannst sie nicht ganz isoliert trainieren, sondern es ist immer eine Kombination aus Muskel- und Faszientraining. Ich bin mir sicher, dass du ganz viel Spaß mit den Übungen hast und dass sie dir richtig gut tun werden. Ich bin mir sicher, dass du ganz viel Spaß mit den Übungen hast und dass sie dir richtig gut tun haben.